Oh, was ist das? Wurde, Tropfsteinhöhle, ey... Ich habe jetzt ein Programm gekauft. Ich habe jetzt ein Programm geöffnet. Ah, ich habe es geschafft. Halt dich! Halt dich! Halt dich! Halt dich! Halt dich! Das ist so schlimm. Ich kann auch noch einmal lügen. Ich komme zu können! 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 Aber ich habe es eh von der Sache ausgesprochen. Ja, ja, ja. Ich bin nicht mitbewonnen. Ich denke ich bin auf der Kopf. Ja, aber du denkst gleich von denen. Ja, aber du denkst gleich von denen. Ja. Ja, ich speichere jetzt, Mann.